Der ziemlich weit hinten weg ist, ja? Versuch mir mal jetzt... Ich muss etwas umpositionieren dafür Okay, seid ihr bereit? Nein, ich weiß gar nicht, wen du killen willst Ich kann den hier unten nehmen Du nimmst den da hinten, ne? Ich hab den hinten schon weg gemacht, weil der war ganz in der Ecke Im Haus hier ist irgendwo noch einer Ich mach nochmal Drohne Das glaub ich, oder? Ich geh mal gerade feuchtig vor Warte Ich find diese Abrollanimation richtig sick, Alter Hier oben im Haus ist einer drin Da schläft einer Da schläft einer Kann ich den theoretisch so killen? Hier oben Das hat er nicht mitgekriegt, scheiße Drei Stück sind hier oben drin Ja ja, warte Soll ich die weg machen, warte? Ich guck grad, ob der andere da eventuell nochmal gucken kommt Der sind auch noch ein paar Ich hab mal irgendwas genommen Equipment Oh Nein, oh Gott Ich glaub, ich muss die Drohne mal ein bisschen Soll ich in das Haus da reingehen und die weg machen, die die da geschleppt haben? Okay Warte mal, war da oben nicht grad jemand? What? Scheißdreck Joshi Joshi, bist du... bist du hier bei mir, oder? Ah ja, du bist hier auf dem Balkon Ich hab zwei weiter hinten weg gemacht Ja, das war ein bisschen blöd, dass wir jetzt... wie wir das jetzt gemacht haben Ich glaub, die sind schon alle tot, oder? Nee Nein Warte Wo ist denn der? Ja, das ist Yoshi Das ist Yoshi Down Da sind noch mehr, da drüben in dem Haus sind noch mehr In dem, wo das Ziel drin... äh... die Dinger vor sind Ich geh da mal mit der Drohne rein Ja, ich auch Da lag die Hier haben wir was Also hier ist richtig was los Ich musste einen töten, der hat mich sonst glaub ich fast gesehen Da kommt noch einer vor Da sind noch ein paar Guck mal, ob wir freien... oh Ich hab noch einen Tango Einer sprintet hier runter Oh... hier ist irgendwie eine Kathedrale oder sowas Der eine chillt in so einem Klohäuschen Ja, ich komm jetzt grad mal mit runter, wieder runter Ich bin ziemlich weit vorgerückt Ja, ich merk das grad schon Der schießt da die ganze Zeit Äh, rechts hinter dem Klohäuschen ist der Ja, ja, bitte Schön Hab ihn Barschus 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 Klohäus cause Ja, sie war richtig gut Jaa, sie war richtig gut Barschus Ich komme mit dir Yoshi Ich glaube, dass ich die hier jetzt befreien kann auch Rechts ist glaub ich was Ja Und was ist hier auch noch? Warte mal Barschus 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 Nachschub markieren? Woll Man kann die Dinger markieren hier Ich weiß, das hatte ich auch schon gemacht Die helfen uns jetzt hier Das war glaube ich richtig gut gemacht Genauso wie wir das jetzt gemacht haben hätte man das normalerweise wahrscheinlich auch gemacht Warum? Das war ein Spaß Die gehören uns hier mit den Hüten Die Hüten da oder was? Ne ich glaube die können wir Ach wurden die hier auch befreit aus diesem Käfig? Ja ich hab die gerade befreit Ah ok Ah die verfolgen uns jetzt Da oben drin Kann man eigentlich den Nachschub nur einmal markieren Oder könnt ihr die auch alle selber markieren? Ich hatte Weiß ich nicht Kommt mal hierher wo ich Ich will jetzt nur wissen ob wir die alle selber kriegen Oder ob wir die so gesehen Wo bist du denn? Ja hier oben drin Stabileres Zielen das ist gut Das brauche ich für die Sniper Kannst du das da auch machen? Das hier an dem Kasten hier Ne Ok Ok dann kann das nur einer machen Ich hatte auch schon mal einen markiert Ok dann kann das nur einer machen Ich hab noch keins markiert War es das schon was wir hier machen müssen? Ja eigentlich schon Aber hier vorne sind auch noch Is und alles Vielleicht alles hier einfach mal durchgucken Nein ich bin vom Dach gefallen Geil da rollst du ja die Stick ab Ich glaub die Dudes gehen zu unserem Helikopter oder? Ah ich komm Loll Loll What the fuck Warte mal Ich glaub jetzt können wir sehen Ich glaub jetzt können wir auf der Karte sehen Wo wir Fähigkeitspunkte kriegen können Ok Aber wir können hier auch noch hingehen Da wahrscheinlich Und da werden wir das genau dasselbe auch nochmal finden Wirds da hingehen da oben Jetzt hier rein Wo kommen denn die hoch hier? Noch höher Ich find's geil dass man hier jedes Auto nehmen kann Ja So GTA mäßig ne? Ohne Kopf zu kriegen So hacken Ausrüstungskissen finden Nachschub Geil Man kann hier jedes Auto nehmen Ich auch mal zwei Zack Da gibt's Ausrüstung jetzt auf der Karte Ja wo bist denn du? Hä? Da geht's nochmal höher Da Ah da können wir auch noch was Aber da wo die beiden sind Ihr könnt das ja nicht machen Also ich hab das jetzt gemacht um Da kannst du an diesen E's so gesehen Da kann man ähm Verschiedene Sachen aussuchen Die man finden möchte Und was für E's? Guck mal auf der Map Guck mal auf der Map Ist das jetzt hier Zum Beispiel da bei diesem Äh Oh seht ihr diesen Nebeneinsatz Der auf uns zukommt Da kriegst du 5000 Ja genau Da ist so ein i drunter Seht ihr das? So ein gelbes i oder was? Ja bei mir ist das weiß Bei mir ist das weiß Bei mir ist das weiß Bei mir ist das kein i drunter Ja Ausrufen Entschuldigung Kein i Ausrufezeichen Ne auch nicht Auch keins Bei mir ist da eins wo ungefähr ich packe das mal da findet man diese ganze ja genau da findet man diese ganzen sachen ja da kommt ein ding auf uns zu wollen wir uns ein auto schnappen und aber dem mal entgegen fahren ja kann das wer ist b kann das mal b markieren weil hier ist hier oben das a da ist noch ausrüstung bei mir ich bin aber wie markiere ich links klick einfach mit und was soll ich markieren den konkurrenten allerdings sind schon markierten ja ich weiß nicht markiert doch habe ich markiert der funk ausrüstung können auch mit dem heli das machen dass wir aus dem heli rausschießen ja was das noch machen ich bin tot tot warte auf wiederbelebung was das jetzt gemacht da kam jemand mit dem auto und hat mich überfahren jetzt erfährt er mich doch mal hey nein das war ein gewisser mit duschkanon wiederholen alter was ich stecke ich stecke dir einfach ne messer in die brust hier oben ist übrigens noch ausrüstung was was ist tim guck dir das an was ich mal für die rein also ja hier oben ist noch ausrüstung fragen schalten sie können konvoi an ich bin jetzt zimbal getreten joshii komm mal runter hier oben ist noch ausrüstung ne oder habt ihr die schon ja egal komm mal runter die hab ich schon die hab ich schon joshii guck mal aufs auto bist du da hinten drinne hallo da da oben ist noch ausrüstung drinne müsste mal gucken ja hab ich ja hab ich ne ich brauche noch ich kriege wo ganz oben müsste ganz oben rechts sein wenn du direkt wenn du hochkommst alter wie hoch ist das kannst du ey warte mal versuch mal ob du ihn einsammeln kannst ob er hier so eins sein kann ja ich weiß ja warte mal ganz hier oben oder also wo ist hier die ausrüstung nein drinnen drin in diesem haus hier oben ja ja kannst du auch auf der karte kannst du sogar auch markieren eigentlich ach nee die ist eine etage weiter unten und da ist auch noch sowas waren wir da schon da waren wir da schon ne fuck die dinger fahren weg die seitgütsfeld weg nein die seitgütsfeld weggefahren egal komm hinterher aber jetzt schon hier herkommt so ein bisschen heran please mhm oh ich hab irgendwas gemacht warte ja 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 mal so jetzt links ich weiß gar nicht mehr in die richtung die war weil rechts 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 ist doch noch markiert nee bei mir nicht bei mir ist die noch markiert du bist ja ausgetreten warte was ist das ach die ist ein anderes gebiet gefahren da kommen wir nicht hin äh warum warum lenkt jetzt unser heli so scheiße der der lenkt immer wieder als hätte ich autohover an janik ich gucke kurz einstellungen warte einstellungen warte lass mal da hin also ich hab den jetzt bei mir noch drauf aber der ist ähm ja kann ich das jetzt eigentlich auch warum bremst der denn dann direkt man an der hübschraube ähm gibt's nicht autoha ok oh der unter uns mit welchem man macht irgendwie alter ey also die heli steuerung ist echt so ein bullshit man ja sag doch die scheiße die ist ich hab den grad ich hab gerade steuerung eine millisekunde angetickt und der guckt es dir an was er macht das ist also entweder wir haben irgendwas falsch eingestellt oder das ist echt der dummste shit den es überhaupt gibt übrigens kann man hier fast alles zerschießen ne ist mir aufgefallen ist voll geil man kann zum beispiel diese mauern hier kaputt machen bei dem wir hier sind die auch stehen janik es ja man kann du kannst dich kaputt machen indem du eine granate zum beispiel heran wirft in der jagd davon läuft noch einer hast du dich schon gekillt oder was den einen ich pack die drohne aus ja aber hat den sniper glaub ich wo sind die überhaupt ich hab auch keinen gesehen andere straßenseite ach da oh der ist auch gepanzert der kommt da auch nicht durch der hat einen schrotz da ja der ist down er ist down ah ok noch was ein auto wie johnny wie liebe ich diesen scheiß da oben joshi ab ihn mock gejagt kämpf äh joshi wie liebe ich dieses ähm das da oben das grüne äh weiß ich auch nicht da bin ich auch noch drin tim wie bist du das gelieft ich bin da auch noch drin nein du bist da draus oh ich hab damit äh ich bin ich wohl über den sniper gesehen bis auf sniper der sniper ist tot scheiße also wir müssen echt überall langsam vorgehen noch mehr ja wieso hast du eigentlich schon wieder einen sniper ja wir sind schon ja die habe ich euch aufgehoben aber hab ich gar nicht mitbekommen weiß ich auch nicht die war bei dem anderen punkt also wundert mich dass ihr die nicht gesehen habt ja ne hier ich hab doch gar keinen Plan über das spiel halt wir müssen halt also wir haben jetzt äh wir müssen wir haben eine hauptquest die ist jetzt aber momentan hier gibt es übrigens fähigkeitspunkt hier drinnen sekunde weg gehen kurz wir sehen uns in der Hölle was was oh eigentlich würde ich die sniper haben ah egal kann sogar einen Fallschirm machen eine Fähigkeit verfügbar kein Schmerz Dauer erhöht sich um 30% ich hab die jetzt hier ah da kann man sogar auch immer hier sehen was man abspraden kann ich glaub da kommen die in nem heli wo sehe ich wieviel upgrade upgrade hier ist ein heli der hier rum havert soll ich mal runterschießen ne wir sind immer noch gejagt ne echt wo siehst du das bei mir steht noch gejagt wo rechts unten rechts unten bei mir nicht vorne ok müssen wir jetzt mal kurz gucken ich würde den eigentlich ich würde den eigentlich